Ich hab schon Bäume mit schnelleren Reflexen gesehen. Kommt mir vor, als wäre das nicht Teil des Planes gewesen. Nun, das macht das Ganze ein wenig interessanter. Sir, es ist Batman. Er ist hier. Hast du erwartet, mich zu finden, Batman? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sieh dir die Kamera an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Hör zu, Batric. Wir gehen jetzt hier raus. Schön langsam. Sarah, wenn du was Dummes versuchst, blas ich dir den Schädel weg. Bezaubernd, aber nur einer von uns verlässt diese Zelle. Nein! 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 Es geht nichts über natürliche Immunität. Was willst du hier? Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Kein Hallo. Sag schon. Und wenn ich keine Lust habe? Dann brennt jede Pflanze in Gotham. Alles begann mit dem Treffen. Welches Treffen? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler. Sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen. Und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht. Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt. Wie schade, dass ein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt. Die Natur siegt immer. Wird er es je lernen? Du kommst mit mir. Hättest nur fragen müssen. Was ist los? Los, los, los! Wir haben das, T-Sir. Er ist umzingelt. Keine Bewegung. Bist du sicher, dass er es ist? Bestätigt. Das ist Batman. Sir, der Panzer, den Sie haben, ist unbemannt. Gut. Ich dachte, das würde schwer werden. Ein Panzer reichte schon aus. Und wir haben extra eine Armee für dich hergebracht. Eine Schande. Das ist das, wovor ihr alle Angst hattet, Jungs. Hast du eigentlich einen Plan? Du könntest einfach aufgeben. 60 Millimeter geschützt, einsatzbereit. Aufgangsbekämpfung aktiviert. Batman, ich habe sechs unbemannte Panzer gesichtet, die sich durch Chinatown bewegen. Die sind jeden Moment da. Ich habe sechs unbemannte Panzer gesichtet, die sich durchflicht. Ich hege sie zu uns. Ich muss in Reichweite der Fernsteuer bleiben. 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 Ich habe ein paar Gefängnisaufstände erlebt, aber das hier ist viel besser. Ich muss in Reichweite der Fernsteuer bleiben. 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 Ich muss in Reichweite den Fernsteuer bleiben. Ich muss in Reichweite der Fernsteuer bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020